Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit Resident Evil 5 nach Borderlands. Also was heißt nach Borderlands? Das ist ja noch nicht zu Ende. Aber so mittendrin mal Abwechslung. Blöd, dass man hier nicht laufen kann, wer hätte schiefen. Oh Gott. Alter. Nein. Danke. Ey. Ja. So. Bist du tot? Ich rette dich schon. So. Jetzt. Warum. Ich zeig dir jetzt mal was. Oh Gott. Dankeschön. Wie kann ich die? Ach der muss da drüber laufen. Stimmt da war ja was. Ist gar kein Fernzündergerät. Also. So. Weg mit dir. Krieg ich Geld? Ne Muni. Du könntest auch etwas Muni gebrauchen. Ich hab leider keine Muni, die ich dir geben könnte. Ich geb dir mal die Muni, falls du da eine Waffe findest. Und den Schuss geb ich dir mal. Gerne. Mal gucken. Ich hab leider nicht. Ich hab leider nie. Ich hab leider nicht mehr. Ich hab leider nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Erstmal rumgucken. Liegt hier irgendwas? Nein. Da muss irgendwas sein. Wir müssen hier doch irgendwo nach oben gehen. Alles in Ordnung. Sind wir hier wieder am Anfang gelandet? Oder wie? Ich habe da doch eine Karte. Die Karte zeigt mir doch eindeutig den Weg. Wobei, eigentlich ist das hier. Eigentlich müssen wir jetzt hier hoch. Das ist eine gute Frage, Shiver. Die kann ich dir nicht beantworten, ob das die Anlage aus war. Hier geht es nach oben. Was? Sag das doch nicht so schlumpf. Oh, das können wir nicht mehr helfen. Habe ich gemerkt. Okay, das ist immer gut. Auf. Und hoch. Moment mal. Ich überlege gerade 3. Für die Snipe habe ich ja noch ein bisschen Muni. Ey. Ich verschwende hier nicht meine Schuss. Also gut. Das mache ich gerade aber. Perfekt. Aber der ist nicht hier gelandet. Ich will wissen, was so ein Rabe bringt. Der ist da gelandet. Der ist da gelandet. Ach, der bringt Geld. Perfekt. Dann öffnen wir mal die Tür. Und jetzt war alle 4i fertig. Das war alle 5 zu sein, sehr gerne 친구. Bei uns jedenfalls. Auch an. Warum? Ich bin. Ich hab ihn gerade. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Wir werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann gehen wir mal weiter würde ich sagen. Hier ist auch ein Dota. Wir fahren gleich nach unten. Chen, wo lasst ihr denn hin? Aber erst... Ne, wir beenden den Partie noch nicht. Ich habe mich an der Zeit vertan. Sorry. Erstmal noch einen Spaziergang machen. Hier ist ein Dota. Das fällt er früh ein. Geht es hier durch? Nein. Ein Schlüssel brauchen wir für die Tür. Da müssen wir hier lang. Das war ja klar. Bewegt sich ja nicht. Oh. Perfekt. Das war ja klar. Das war ja klar. Das war ja klar. Das war ja klar. Ja. Das war vielleicht keine gute Idee. Komm. Nein. Nein. Ja. Er hat es da raus geschafft. Machen wir das jetzt anders. Hier komm. Machen wir das so. Du musst hier gleich raus. Jetzt bleibst du hier gefälligst drin. Kommt. Tür. Schließ dich. Hat das geklappt. gut. Ne. Er ist noch nicht tot. Schließend. Schließend. Wir haben nur ein Problem. Wir haben glaube ich keinen Sprengfass mehr. Schließend. Also muss ich den irgendwie so da durchlocken. Oh. Nein. Komm. Kommt. Kommt durch. Wir haben nämlich zwei müssen wir glaube ich benutzen. aber. Kommt. Bleibt drin. Kommt. Ja. Gott sei Dank. Oder. Das schießen hat ihn irgendwo doch. Ja. Im koop ist das kein Problem. Der kann ihn natürlich locken. Aber hier. Jetzt bist du Geschichte. Hast du nichts für mich? Schade. Schnell ich mir raus bevor jemand anderes die Brennungen aktiviert. Perfekt. Dann tue du auch mal was. Hier. Tja. Das überlasse ich dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.